Hallo, bonjour, ich bin Madame Wormuth. In diesem Video geht es um die unregelmäßigen Formen im Fütter Sample. Wir wiederholen nochmal kurz die Bildung und gehen dann auf die besonderen unregelmäßigen Formen einer Reihe wichtiger Verben ein. Voraussetzungen Du solltest bereits die Bildung des Fütter Sample der regelmäßigen Verben kennen. Vermutlich hast du im Unterricht auch schon das Konditionell gehabt. Dies ist auch sehr wichtig und nützlich, denn der Verbstamm, den man für das Fütter Sample verwendet, ist derselbe wie für das Konditionell, nur die Endung ist eine andere. Für die Bildung des Fütter Sample solltest du weiterhin die Endungen von Avoir im Présent im Hinterkopf haben. Das Fütter Sample wird gebildet, indem man an den Fütterstamm des Verbs die Avoir-Endung anhängt. Die Form, bei denen der Stamm unregelmäßig ist, nennt man auch manchmal Sonderformstamm. Wir werden uns gemeinsam eine ganze Reihe von Verben komplett anschauen und durchkonjugieren, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.